Hallo, ich bin Michaela Schäfer und ihr schaut Chilis 2.0. Promis, Partys und gute Stimmung im Überfluss. Das 75. Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel sorgt einmal mehr für ein großes Medienecho. Bei der Promi-Eishockey-Gala im Kitzbühler Sportpark treffen wir auf die Sportlegenden von damals. Ich bin heute Morgen. Der muss es heute geben. Wenn nicht er, dann Conny Thorn. Das ist mein Favorit heute. So gesagt. Wäre das möglich? Wo schaut sie? Chilis 2.0 Was ist das? Es ist ein Trend und so sei ja die Magazin auf Tirol.TV. Aha. Hier spricht der Kurt Jara und schaut Chilis 2.0. Danke vielmals. Bitte. Ich schaue sie auch. Ich schaue sie auch. Und gefeiert und das nicht zu wenig wird auch im Kitz Elite Club. Hier steht eine Burlesque Show im Vordergrund und diese Show sorgt für den Aufreger vom Kitzbühel-Wochenende. Eine komplett nackte, im Champagnerglas tanzende Michaela Schäfer. Wir haben es geschafft, dass Sie hier, wo lauter TV-Moderatorinnen sind, als Mann auftreten dürfen. Sind Sie schon eine Konkita-Wurst? Was hast du mich gefragt? Wo sie spüren? Schaut sie mal aufs Mikrofon. Tirol. Kennen wir den Sender? Sicher. Sicher? Ja. Dann da hineinschalten. Am Ende seht ihr euch da. Wann denn? Das ist das große Geheimnis. Na wann? Na bitte. Na, ich sage nächste Woche. Wann? Nächsten Freitag. Nächsten Freitag. Auf eurem Parse, eure Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall.